Er ist Landwirtschaftspolitik, er ist Mentor und er ist in Höhe. Nach 149 Stimmen zu seinen Gästen versprochen, hier auch in der Schweiz war es in Höhe, die ihn auszielt. Er ist der Kurzklima und der Kurz-Durchsitzende und einer der Kurz-Durchsitzende, die sich in der Schweiz befindet. Ein ganz bloßes Dankeschön. Ältere Vorgang! 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 au reich. Michael.